Ute Freudenberg, eine der berühmtesten Sängerinnen Deutschlands, hat einen künstlerischen und lebenswegvoller Herausforderungen, Erfolge und Tragödien hinter sich. Geboren am 12. Januar 1956 in Schöndorf, Weimar, und vor allem unter ihrem vorläufigen Künstlernamen Heather Jones bekannt, prägte sie mit dem Hitklassiker, Jugendliebe, die deutsche Musikgeschichte nachhaltig und blickte auf eine abwechslungsreiche Karriere von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart zurück. Ute Freudenberg begann seine künstlerische Laufbahn 1971 im Alter von 15 Jahren im zentralen Pionierlager Strausberg. Sie wurde als Gesangstalent entdeckt und machte mit ihrer bezaubernden Stimme und ihrem hervorragenden künstlerischen Talent schnell auf sich aufmerksam. 1972 gewann sie zusammen mit fünf anderen Mädchen den Wettbewerb für weibliche Musiktalente und startete eine vielversprechende Karriere. Von 1972 bis 1977 studierte Ute Freudenberg an der Franz-Liszt-Musikhochschule seiner Heimatstadt. In dieser Zeit erweiterte sie nicht nur ihr musikalisches Wissen, sondern entwickelte auch ihr künstlerisches Talent weiter. Freudenbergs Kreativität und Engagement machten sie schnell zu einem vielversprechenden Star der deutschen Unterhaltungsbranche. Der berufliche Durchbruch gelang Ute Freudenberg 1980, als sie mit dem Song »Jugendliebe« der Rockband »Elefant« beitrat. Dieses Lied war nicht nur ein nationaler Erfolg, sondern auch einer der »Klassiker der DDR-Rock- und Popgeschichte«. Dies brachte sie auf den Höhepunkt ihres Ruhms und wurde zu einer Musikikone in den Herzen ihrer Fans. Auch das Privatleben von Ute Freudenberg stand vor großen Herausforderungen. Im Februar 2022 gab sie während eines Interviews in der Talkshow »Riverboot« bekannt, dass sie gegen die Parkinson-Krankheit kämpft. Für die talentierte Künstlerin war dies keine leichte Herausforderung, und hinter dem Rampenlicht musste sie sich den schwierigen Aspekten des Lebens stellen. Ute Freudenberg ist eine Musikikone, die sich mit ihrer charakteristischen Stimme und ihren emotionalen Songs einen festen Platz in den Herzen der Fans geschaffen hat. Ihre Karriere ist nicht nur eine künstlerische Reise, sondern auch ein Leben voller Tragödien und Herausforderungen, in dem sie jeden Tag gekämpft hat und immer noch kämpft. Am 23. März 2002 feierte Ute Freudenberg mit seiner Band und vielen Gästen in Weimar sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Es folgten weitere Fernsehauftritte und 2003 die Osteville-Tour mit den Pudis und City. Es erschien das Album in »The Name of Love«, produziert von Franz Bartsch und Bodo Komnick. Das Album »Puppetair« erschien im Oktober 2006 und entstand wiederum in Zusammenarbeit mit regelmäßigen Ute-Autoren wie Franz Bartsch, Herbert Stantius und Kirsten Steineckert. Im Dezember 2006 wurde Ute Freudenberg als erfolgreichste Thüringer Künstlerin mit dem Herbert Roth-Preis des Landes Thüringen ausgezeichnet. Seit Sommer 2007 war Ute Freudenberg im Rahmen der Ostrock in Klassik-Tour mehrfach mit Pudis, Karat, Silly, Veronika Fischer, Werther Lose von Lift, Dirk Michaelis und dem Filmorchester Babelsberg unterwegs. Der Künstler spielte in seinem neuen Kleid viele alte Hits. 2011 führte sie mit einem Duett mit Christian Leis mit dem Titel »Auf den Dachern von Berlin – Die deutschen Radio-Hits« an. In den Single-Verkaufscharts belegte der Titel in der ersten Woche Platz 25. Das Duo wurde gemeinsam für die Echo-Verleihung 2012 nominiert. Gemeinsam mit Christian Leis veröffentlichte Ute Freudenberg 2016 »Lifelines«, ein gesellschafts- und politikkritisches Album. Es behandelt Themen wie Menschlichkeit, für den Frieden unserer Zeit, Umweltschutz, Kinder von Morgen und Wahlen bis nach der Wahl. Er verbrachte Zeit im Peace Corps, engagierte sich einige Jahre lang in Tansania und arbeitete bei einem Radiosender in den USA. Wie sein Vater hatte Jonathan das öffentliche Bild, hohe Moralvorstellungen und Anstand zu zeigen. Dennoch litt er leider unter inneren Konflikten, die weitgehend unbekannt sind. Im Alter von 31 Jahren beging er Selbstmord durch einen Schuss. Der Schmerz, den Gregory Peck empfand, war unvorstellbar und er arbeitete zwei Jahre lang nicht. Sein Sohn Anthony hatte ebenfalls einige persönliche Probleme, darunter Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit und eine Scheidung von dem Model Cheryl Teaks. Diese Hürden hinderten Gregory jedoch nicht daran, eine großartige Schauspielkarriere zu verfolgen. Er widmete auch sein Leben der Unterstützung seiner Kinder, damit sie großartige Leben führen konnten. Sein Sohn Stephen ist ein Philanthrop, der Obdachlosen hilft und seine Tochter Cecilia folgte den Fußstapfen ihres Vaters und wurde Schauspielerin. Hinter den Kulissen hatte Gregory Peck in seinem Leben herausfordernde Momente. Dennoch bewahrte er immer seine Würde und setzte seine Arbeit fort. Eine solche Darstellung von Würde wurde damals erwartet und ist etwas, das viele Zuschauer gerne von den heutigen Filmstars sehen würden. Gregory Pecks Persönlichkeit Aber wie war Gregory Pecks Persönlichkeit abseits der Leinwand? In vielerlei Hinsicht war sie laut seinem Sohn Anthony ziemlich anders. In gewisser Weise war er wie seine berühmtesten Charaktere. Gregory Peck war dafür bekannt, die Freundlichkeit und Loyalität zu haben, die man von Atticus Finch erwarten würde. Er hatte die Freundlichkeit und die sorglose Einstellung eines jüngeren Joe Bradley. Aber er hatte auch eine gewisse Eleganz, die zu einem Hollywoodstar passte. Er liebte es, maßgeschneiderte Anzüge zu tragen und hatte eine besondere Vorliebe für den Schneider H. Huntsman & Son auf der Londoner Savile Row Street. Nicht nur mochte er es, die Kleidung zu tragen, sondern er genoss es auch, mit seiner zweiten Frau Veronique bei einem Glas Wein über die Arbeit hinter dem Anzug zu sprechen. Er verkörperte wirklich die Eleganz des alten Hollywoods und setzte ein Beispiel, von dem das neue Hollywood noch viel lernen kann. Gregory Peck ist bis heute nicht nur für seine unglaubliche schauspielerische Leistung, sondern auch für seine Persönlichkeit abseits der Leinwand und wie er sich präsentierte bekannt. Die Brillenmarke Oliver Peoples hat ihre eigene Brille nach dem Schauspieler benannt. Diese erinnern an die Brille, die er als Atticus Finch in Verdi Nachtigall stört trug. Tatsächlich hat Gregory Pecks Einfluss nicht nur das amerikanische Kino beeinflusst. Der ikonische indische Schauspieler Dev Anand wurde oft als der Gregory Peck Indians bezeichnet, da er nicht nur heroische Charaktere spielte, sondern auch eine freundliche Persönlichkeit abseits der Leinwand und einen modig Geschmack hatte, der das beeinflusste, was unter jungen indischen Männern als modisch galt. Gregory Pecks Erbe Gregory Pecks letzte Rolle war die des Vaters Maple in der TV-Miniserie Morby Dick von 1998. Dies war das zweite Mal, dass er in einer Adoption von Herman Melviles Roman auftrat. Das erste Mal war in einer Verfilmung von 1956, in der er Kapitän Ahab spielte. Ihm wurde angeboten, Großvater Joe in dem Film Charlie und die Schokoladenfabrik zu spielen, starb jedoch leider, bevor der Film in Produktion ging. Er war auch einer der meisten angefragten Gäste für die Interviewshow Inside the Actor's Studio, konnte aber leider nicht mehr auftreten. Aldred Gregory Pecks starb 2003 im Alter von 87 Jahren an Bronchopneumonie. Er hinterließ ein großartiges Erbe an Film, Fernseh, Bühnen und Radiodarbietungen. Er war einer der größten Leadingmen des amerikanischen Kinos und repräsentierte oft das ideale Amerika durch seine Rollen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.